Aber wir haben da was. Ich hab mir doch eh schon die ganze Zeit... Ich hab eh schon beim letzten Mal gedacht, hey, soll das noch ein bisschen? Jetzt war's es. Jetzt war's es. Ich hab mich ja auch das eine Mal, der so dermaßen mitgespielt hat. Und? Schnellkram! Wow. 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 Merkt man meine Begeisterung? Wow. Wow. Sprichst du vor Begeisterung? Wow. Oh je. Das ist ja komplett neu, oder? Scheiß auf das Graben, oder irgendwas? Weißt du was ich meine? Oder gibt's euch mit dem Scheißdreck? Gibt's mir endlich was Gescheites? Was ich auch gebrauchen könnte, oder irgendwas? Mit dem ich nicht gut spielen kann. Oder vielleicht wenigstens mal zwei, oder mal zehn. Immer gerne mal zehn. Werden wir auch nicht. In Imo. Da kannst du ja schon wieder spielen mit der Zeit, gell. Wirst du ja wieder mit der Zeit spielen können. Nein. Ja. Nein. Na schau, Buarli. Geh dir eh! Geh dir eh, Buarli. Na piste. er war auch super für das dass man die ganzen es wäre geil wenn man halt quasi wenn man die ganzen goldenen haare auch noch sammeln würde dass man ein bisschen was extra kriegen könnte das ist wirklich extrem cool wenn man da was machen könnte der ja ja ich kann er auf die klettern und schüsst du bist die falsche patientin du bist die falsche die welt keine ahnung wer die deporte ist aber anscheinend partner partiell keine ahnung wer die ist aber hei schön dass du da immer für ein teil dabei warst du dabei warst du ich habe keine ahnung wer die taten sind aber ich habe mir wenigstens ein bisschen spiel Juuuuiiii, das ist schon alles zu spülen. Das hätte der Heimler auch nicht zu können. Ich wollte schon sagen, der ist fix zu dem auszupfen. Ah, er kommt sogar. Gäh! Das wäre irgendwie Leihwand gewesen, wenn er so noch was gewesen wäre. Und er hätte noch was machen können oder so. Dix. Äh, sicher geht's auch immer so aus. Was können wir da noch machen? Können wir da noch was machen? Also jedenfalls eine Eule hätten wir bis jetzt nicht gesehen. Wenn es eine Eule geben würde, dann wäre sie wenigstens ganz genau gepasst. Dann haben wir was gescheites. Wenn ich jetzt mal zwei hätte, würde es schon schmecken. Ah, der Schauer dafür wenigstens wieder ein Charakter. Wieder ein Ravenclaw-Haverer. Immerhin. Sehr gut. Dann können wir sich mal das hier. Dann schauen wir, was wir da machen können. Mit dem Scharen-Haverer. Ich glaube aber, dann sind wir aber mit dem Bereich. Die Pupelo. Ruf ich mal zumindest. Ja. Warte. Ich denke mir gerade, ich wollte es jetzt... Ist es jetzt so Herr Scheißerens? Das Wurst. Okay. WTF. Irgendwie habe ich mir jetzt mehr erwartet. Ja. Ja. Jetzt habe ich mir definitiv gar nicht mehr erwartet. Aber wie ist es jetzt aus mit der Zeitreise? Da könnte sich natürlich mal wieder was anderes abgespielt haben. Ja. Ja.